Das Feld ist abgelegt, wir spielen drei mit drei, der erste Wahl wird eingespielt, dann wird zweimal im Lob angegriffen miteinander und wenn zweimal im Lob angegriffen wurde miteinander ab, dann wird der Ball ausgespielt und ich bringe den nächsten Ball ins Spiel. Los geht's! So, eins, jetzt hin, nochmal immer noch eins, ein zweiter noch, ab jetzt gegeneinander. Gut, geholt Cara, aus. Ja, ihr habt einen Punkt, danke, kannst ihn weglassen, ich hole, ich hole, ja, ja, also ihr hattet den Punkt, zweimal miteinander, wieder zweimal im Lob miteinander und dann gegeneinander, gut, und jetzt gegeneinander. Mach da noch zwei Schritte mehr, bevor du da dich hinwirfst, ja? Okay, los geht's. Ja. Ja. Zweimal mit im Lob und danach alles erlaubt im Gegeneinander. Anna, Deiner, du hast ja erst gezuckt, dann gehst du hin. So, gut. Ja. In Graufen. Weiter. Ja. Ja. Gegeneinander. Gegeneinander. Gegeneinander weiterspielen. Traut euch im Sprung zu agieren? Ja. Ja. Okay, Punkt für euch. Danke schön. Ihr müsst beide tiefer stärken, ihr seid zu aufrecht und dann seid überrascht, dass der Ball gerade kommt. gut. Ja. Vier. Spring, spring, spring. Gut. Gegeneinander. Weiter, weiter, weiter. Vier. Mach aus. Eins weiter auf beiden Seiten. Vier. Gelächter. Vierdhaack. Hang, Olha. Pa, die bis 40 mit. Untertitelung des ZDF, 2020